Schnitzel ist nicht gleich Schnitzel. Es gibt viele Arten von Schnitzel. Mein Favorit ist ein echtes Wiener Schnitzel vom Kalb. Genauer gesagt verwendet man hier die Kalbsschale. Das Fleisch wird geklopft, bis es gleichmäßig dünn ist. Als nächstes wird paniert. Man braucht Salz, Eier, Mehl und Semmelbrösel. Die Brösel sollten nicht zu fein sein. Das Ganze wird dann im Backfett nach Wahl, Butter, Schweineschmalz oder Pflanzenöl frittiert. Wer übrigens selber lernen möchte, wie man das perfekte Schnitzel zubereitet, kann dies jeden Dienstag in der Küche des Restaurants Meißel und Schaden in Wien lernen. Beilage darf natürlich nicht fehlen. Ich bestelle meistens einen Erdäpfelsalat. Das Schnitzel wird mit einer Wiener Garnitur aus Kapern und Sardellenringen serviert. Es schmeckt einfach nur köstlich und beweist wieder mal.